Kubismus. Ein kubistischer Maler namens Täubchen beschloss, nachdem er viele Bilder kubischer Art gemalt, nunmehr als rechter Aktivist auch so, nämlich kubisch zu leben. Er ließ sich statt eines Kopfes einen Würfel auf den Hals schrauben, mit der Nummer 6 nach oben, damit jeder sähe, was er für eine Nummer wäre. Er ging deshalb auch Sommer und Winter ohne Hut, nur mit einem achteckigen Brett, welches als Regenschirm und Spazierstock diente in der Hand. Sein Bauch war ein Parallelepidon. Seine Beine zwei mit Holzwolle gefüllte Kisten auf denen stand. Nicht stürzen, Glas. Aber es war kein Glas in den Kisten. Solchermaßen täuschte Täubchen die Umwelt. Jedermann auf der Straße sagte, wie sehen Sie denn aus, Täubchen? Aber Täubchen kümmerte sich nicht darum. Sein Gesicht, welches aus der 3 am Würfel wuchs, lächelte verzeihend. Jeder ehrliche Mensch müsste nach seiner optisch-seelischen Anschauung leben. Dann wäre weniger Lüge in der Welt. Täubchen hatte unzweifelhaft Recht, was ihn nur noch mehr gegen die Torheit der übrigen Menschen, die ihn missverstanden oder missverstehen wollten, aufbrachte. Eines Tages stürzte das Haus über Täubchen zusammen. Es stürzte kubisch. In Würfeln und Blöcken, infolge eines Erdbebens. Täubchen entrann mit knapper Not dem Tode. Er stand vor seinem zusammengefallenen Haus und betrachtete es beseeligt und entzückt. Mein Haus. Es malt sich selbst. Ein kubistisches Gemälde. Ich brauche es nicht erst zu malen. Selig der Mensch, bei dem selbst die Gegenstände und Objekte seines Seins sich seiner Weltanschauung unterordnen. Seine Kraft ist mystisch, sein Wille wahllos werbend. Das Ding an sich entdingt sich und wird sein. Täubchen fotografierte das zusammengestürzte Haus und sandte einen Abzug an Picasso. Picasso schickte seine Visitenkarte zurück. In der Ecke links stand PPC. Täubchen war selig. Er wäre beinahe rund vor Freude geworden, aber er besann sich noch rechtzeitig und lächelte eckig.